Hallo zusammen, heute spielen wir Joe Danger 2 und der gute Rick-Spiel auch mit. Mal schauen, ob ich ihn auch hier in diesem Spiel schön verprügeln kann. Das sehen wir gleich. Hallo. Du musst mir auch immer in meine Anmoderation irgendwie reinreden. Der sagt hallo, ich bin nur höflich. Hallo und herzlich willkommen. Wir spielen heute passend zu Ostern Joe Danger. Ist ja schön, dass das passend zu Ostern ist ja Danger. Ja natürlich, an Ostern kommen immer die ganzen tollen Filme, oder? Ja, ist es auch klar. Ja, ich habe mir den guten Rick direkt zu mir nach Hause eingeladen. Hallo. Und wir werden gemeinsam das actionreichste Spiel überhaupt hier spielen. Vor allem gefährlich an den Ostertagen. Ja, noch Fortune 3 und Dying Light und was weiß ich. Und so weiter und so fort. Ja, hast du mir schon wieder den ersten Charakter wegnommen? Ja, siehst du hier. Ja, wir gehen komplett unbedarft an das Spiel irgendwie ran. So, weiß ich nicht. Ist ja cool, wie es hier alles gibt. Minecraft, dann hier, wie heißt denn, Heroes, sonst was ist das denn? Heroes of War oder irgendwie so? Oh, das gibt... Äh, ja, klärt den guten Rick mal bitte unten in den Kommentaren aus. Ja, ja. Ich seht schon, ich habe mir den kompetentischen Spieler irgendwie mitgenommen, dass es... Ah, naja. Au, ja, was soll's. Genau. So, also ich spiele Minecraft-Tiger, habe ich wenigstens ein bisschen Ahnung was von. Und du spielst hier wieder einen runden Beer. Ja, ich denke, der passt optisch ganz gut zu mir. Ja, real life-mäßig, oder? Ja, ja, weil er hat volles Haar. Gewehr, weil sich mit dem Charakter verbinden kann im ganzen Semester. So, wählst du aus? Ja, ja, tu mir deine... Du musst schon auswählen. Ich habe... Ah, ich habe ihn ausgewählt. Okay, Entschuldigung, Fee-Mat. Die Eimer mit Profis. So, hau mit dem Beet hast der andere von Matora. Okay. Ja, mach ein Motorrad. So, welche Tast? Weiß ich nicht. Ah, ich bin... Ah, oben. Okay, ich muss oben drücken. Und... Es zerlegt dein hier, das Ding. Es ist frittisch. Äh... Ah, mit D ist gut. Au, 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 au! Ah, ich kann auch Stunts machen. Okay, gucken wir mal, ob ich mal... Ah! Yippie! Oh! Oh! Ich wollte einen coolen Stunt machen. Wieso gewinst du hier jetzt grad? Ja, du hast... Oh! Oh! Ah! 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 Das gibt es ja schon fast nicht mehr so knapp war das. So, predis haben wir jetzt die Teamwertung bekommen. Ja, die ist genau so wie deine. Nein, nein, die Teamwertung ist für uns beide. Ja, das weiß ich, die hat genau deine Zahl, deswegen ja. Als hätte ich nichts gemacht. Ich dachte, wir spielen nochmal, oder? Wir spielen auch eine Runde. Ne, guck mal, das ist unsere Kopp hier, bei unseren Freunden hier. Wenn wir mal eines losgehen. Okay, okay. Ich glaube, ich stehe schon direkt. Okay. Okay. So, ich stehe hier mit dem Spiel. Ah, oder? Ich weiß es. Ich bin der Kopp noch, oder? So, jetzt hier. Aua, mein Kopp. So, einmal drüber, dann schön ducke. Und wieder zerlegt. Das ducke funktioniert, wenn wir eine geile Kopp. Du hast es echt auch, oder? Ja. Und? So, wer hat die Koppel? Das gibt's doch nicht heute hier. Das ist der Weg, nennst du das? Ah, ich werde dir meinen richtigen... Oh! So. Also langsam! Nein, 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 nein! Au, au, au! Habe ich, habe ich? Nein! Ja, guck mal, wer hier noch rein. Und hier Leben hat. Und bei dir geht's schon an die Stunde ran. Aber wir waren noch besser, siehst du? Wir haben einen neuen Rekord. Also, äh, ja. Ich glaube, wir haben jetzt... Wir dürfen jetzt die nächste Runde machen. Ja, aber dann machen wir mal die nächste Runde. Aber das... Ja, das lief's ja nicht hier. Habe ich so coole Stunts, dann zerlegt mich das einfach. Aber gut. Ja, du hast jetzt echt drauf. Jetzt hab ich dich schon wieder einziehen, glaube ich. Ja, das ist okay. Aber ich sehe schon, der Bär bringt mir Glück. Okay, wir starten. Großrunden für Haaren, oder? Boah, ja. So. Ja. Also stimmt eigentlich alles, bis auf das für Haare. Aber sonst hast du schon halt wirklich perfekt, äh... Ah, krass. Schau! Das ist YouTube, das ist auch für Jugendliche. Oh, Scheiße, wir haben... Scheiße, wie machen... Ach so, wir... Oh, Scheiße, wir haben... Jetpacks. Und müssen... Und hier irgendwie... Aua, aua, aua. Hoch, runter, hoch, runter. Ah, da oben wäre sogar noch ein Leben gewesen. Ich könnte schon einsacken können. Ich schwöre... Und bei dem da halt begreifen geht's noch nicht so ganz. Äh, du musst hoch und runter fliegen. Also wenn du nichts machst, dann... Was machen wir da hoch und runter? Ja, nein, 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 nein. Du musst mit der Action-Taste, äh, mit Boost-Taste, wo du dich auch beschleunigt hast. Okay. Sagst du, ähm... Okay, ähm... Mit der Beschleunigungstaste, wo du vorhin spielst hast... Mit dem Speed oder mit dem normalen Gas-Team? Oh, Scheiße, wir haben echt wieder... 21 Millionen Punkte? Ja, ja. Pro-Game auf einem neuen Level. Okay, ich denke, die Runde machen wir nochmal. Ne, mit der Beschleunigungstaste kannst du die Jet-Tags auflösen. Und kannst sagen, nicht hoch... Ja, ich rückhaube, aber was passiert jetzt? Nein, nicht hoch, sondern, äh, einfach nur auslösen. Oh, nein! Oh, nein! Das ist schon müde in der Gegend. Oh, nein! 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 Ich bin mit mehr Leben hier. Ja, irgendwie schon. Aber dieses Mal waren wir echt schlecht. Nur eine Million Punkte. Ich würde mal sagen, ich gebe direkt das nächste Spiel. Jetzt muss das hier sein. Ja, genau. Tempel der Kla... 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 So, die... Also, kleine Rundenwechsel jetzt mit ich spieler 2, aber du bleib bei Minecraft. Ein bisschen, wenn ich es nicht mehr gemeint bin. Okay. Du musst... Ja, du musst aktivieren, weil du das Spiel wieder ein... Habe ich schon? Achso, okay. So, los geht's. Gut, sammle die meisten Tokens. Los geht's! Get ready! Fights! Kill! Endspeed! Juhu! Ducken! Springen! Ducken! Ducken! Auerhaken! Ducken! Ducken! Springen! Ducken! Ducken! Springen! Au, 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 au! Ich kann nicht ducken! Ich kann nicht ducken! Ähm, mittlerisch untersteck, gedrückt halten. Genau. Genau! Und dann drüberspringen! Au, au, au! Und dann drüberspringen! Und dann drüberspringen! Und dann drüberspringen! Okay. Okay. Frag mich, wie man... Komm! Wo bleibst du? Au, au, au! Das war knapp! Ich wollte gerade mal einen Spurwechsel probieren! Nein! Nein! Autsch! 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 B 1000 Mane B 10 Kino B 17 Also das ist ja jetzt eigentlich tatsächlich wirklich kein, das ist nur ein Reaktionssteub, Nein... Ja,es trophy! Aber wir konnten jetzt hier auch irgendwie kein mehr holen! Es ist offensichtlich einfach nicht ganz so... Oh, du hast ein Leben behalten können. Aber unsere Teamwertung wurde immer schlechter. Ja. Okay, aber das mit Jackpacks fand ich echt irgendwie witzig. Aber ich würde sagen, wir probieren gleich das nächste aus. Komm, jetzt haben wir hier Timberliss. Ramjo. Oh, das klingt gut. So, wir starten gleich in die nächste Runde. Raus. Okay. Scheiße, was haben wir jetzt? Motorräder? Okay. Und ab geht's. Ducken, springen. Ducken, springen. Ich glaube, mit dir ist das auch schon was du machst. Ja, und... Ducken, springen. Da ist irgendwas in Drohüpfchen. Nein! Au, 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 au. So, ich springe hoch. Genau. Fuß, runter, hoch. Fuß, runter. Ganz knapp, aber noch so. Ja, come on. So, nochmal. So, nochmal. Hier ist schon du. Au, ho, 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 ho. Ja, das gibt, äh, das gibt eine Gesichtspflette. Oh, ho, 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 ho. Autsch. Was bedeutet mit grünen, dass wir da einfach nur beschleunigt? Nochmal. Ja, und runter. Oh, scheiße. Das ist echt kein Glanzlicht. Oh, ho, 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 ho. Schon wie... Da liegt. Aber jetzt hören wir nicht mich und ich hab gewonnen. Ausnahmen muss es dann auch mal geben. Scheiße, du hast... Ja, du hast drei Sterne. Okay. Gut, ich denke, wir müssen das Ganze nochmal machen. Ich muss doch nochmal... So, das kann ich nicht auch irgendwie sitzen lassen. Wir nahtlos verlieren. Halt. Wir wollen nochmal eine Revanche. Okay, dann bist du dieses Mal Spieler 1. Genau, dieses ist Spieler 1. Und... Also, so wie es nachher auch aussehen wird? Ja, 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 ja. Und los geht's. Und... Komm, jetzt, hier. Ja, und der Bär liegt vorne. Aber nicht mehr lang, nicht mehr lang, nicht mehr lang. Aua. Oh, 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 oh. Autsch. Ja, also... Henrik... Äh... Das ist schon möglich. So, rückst du auf morgen neue Passwort. Hast du das denn morgen schon bei dir gesehen? Jo, und... Und dringen! Au, au, au! So, nochmal. Hier und los. So, ich freut eigentlich mal ein Besseres dann. Ich bin ganz ruhig, weil ich hier jetzt sogar so drehen muss. Oh, ich dachte echt... Aua. Aua. Au, 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 au! Ah, war einer kaputt. Yes! Und da gewinnt er noch, aber so knapp davor. Oh, noch eine Runde. Ja, da war so ein Knopf. Wollte ich da nicht zum lassen, dass man sieht, wie gut ich da bin. Da war so ein Knopf. Ich kann da gar nichts für. Und springen! Und... Nein! Und weiter geht's. Weiter, weiter. Okay, nochmal. Runter und... Au! Ja, das ist, wenn man zu ehrgeizig ist. Ja, 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 ja. Ehrgeizig. Au, au, au! Komm, 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 komm. Hauptsache, ich winne nicht. Aber ich krieg nur mit einem Leben. Komm, ne? Aua, Mist. Autsch. Gleich doppelt hier. Nein, da werden... Lass ihn nicht gewinnen, nicht gewinnen. Oh, ho! Nein! Das gibt's ja nicht! Nein, an der Ort! Nein, an der Ort! Nein, an der Ort! Nein! Ja! Oh, das gibt's ja nicht. So ist klar! Ja, ich hatte noch mehr Leben hier. Ja, aber trotzdem... Auf den letzten Millimeter überholt er mich doch. Ernsthaft. Ja, äh... Qualität setzt sich halt eben durch, sag ich da. Ja. Nächste Runde. Mehr sag ich dazu nicht mehr. Okay. Okay, das war die gerade ehemals. Okay, wir machen die letzte Runde hier. Also die letzten zwei Runden. Wieder eine Trainingsrunde. Ah, jetzt willst du hier wieder der erste. Ja, ja. Oder eins. Man, er scheint offensichtlich zu gewinnen, von daher. Ja, also... Ach, scheiße, wir sind auf einem Einrad, oder? Oh, scheiße. Los, 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 los! Nein! Oh, 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 du musst balancieren. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Du musst es ja aber gar nicht mehr sagen. Oh, witzig. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Es macht Spaß, ja. Au, au, au! Aua! Aber es ist echt schwierig, wenn man alles weiter nachden muss. Ja, ja, ich konzentriere mich aber, glaube ich, gerade lieber um... Au, au, au! Wow, das ist echt das Schwierigste. Du musst das bei dir ausgleichen. Ja, ja, genau. Okay, komm. Henrik darf nicht gewinnen. Du wärst ja ganz ruhig. Nein, nein, wir haben beide gleich viel Leben. Liegt... Au, au! Scheiße! Okay, ich hab nur noch ein Leben. Aber es ist echt schwierig. Nein, nein, schon wieder! Also, ganz ehrlich, es ist sauber nicht so schwierig. Nein, das ist... Das ist so schön! Scheiße, hast du gerne noch zwei Leben? Ich wollte gerade sagen, du hast doch vorhin noch die Goldmedaille gesammelt. Das gibt's ja schon gar nicht mehr. Ja, nein, die drei Goldmedaillen kriegt der Erste. Der Zweite kriegt zwei Silber. Und der Bronze würde dann... Nein, der erste war Sport im Match. Das ist nicht gerade im Geheimnis. Äh, wir hatten das gerade eben gemacht. Weiter kann ich aber noch nicht. Ja, es gibt gar nicht mehr. Aber wir machen noch eine Runde. Wir haben immer zwei Runden gemacht. In jeder Runde. Okay, du kriegst auch wieder Spieler 1. Auch wenn du glaubst, das würde dir irgendwas bringen. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber... Okay, dieses Mal will ich gewinnen. Und das glaubst du auch nur du? Ah! Ah! Scheiße! Was sag ich da? Wow! Wow, 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 wow! Ausgewinst an der Schrift. Na komm, wirst du wohl... So, komm! Du blöder Bär! So, halt dich um! Halt dich um! Wir müssen einfach... Ja, ich mach jetzt hier ganz nicht die Special Moves. Ja, ich muss einfach nur hier... Egal wie schlecht ich spiele, Hauptsache ich bin besser als Henrik. Au! Und... Halt dich! Halt dich! Halt dich! Bleib schon wohl um! Und jetzt geht so ein Special Move, ein cooler Move hier. Ich sitz hier nur halb auf dem Rad. Und... Und wir machen... Ja, genau. Au! Au! Nein! Leg dich einfach wieder auf die Lase. Ja, das sagt gerade der... Nein, jetzt... Augen auf! Ja, das sagt gerade der! Und wieder hier... Special Move, Special Move... Also ich muss ehrlich sagen, der schwierigste Spielfluss bisher. Ja, aber er macht unheimlich Spaß. Ja, macht wirklich Spaß. Und jetzt, du hast noch eine dritte Runde danach. Bist du irgendwie? Okay. Komm, Kün, 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 Kün! Ich frage, wer hat mehr Punkte? Ah! Ja, der... Aber ich habe mehr Leben übrig, als du. Also hier. Ja, aber trotzdem... Also sie, die Gesamtspiel... Trotzdem, ich habe mehr Leben. Also... Ich brauche auch etwas, worüber ich mich freuen kann. Ja, genau. So. Und das Ganze gleich nochmal. Noch einmal? Okay, wir brauchen eine Entscheidungsrunde. Noch einmal. Das hätte ich jetzt gar nicht gesagt. Ja, aber du hast gesagt, es macht so viel Spaß. Ich will nochmal. Okay. Das hätte mir schon gereicht. Wie jetzt sind wir aus? Okay, machen wir die Runde. Okay. So. Ganz genau. So. Du hast keine Chance. Das denke ich auch nur so. Los, 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 los! Los geht's! Los geht's! Wie der Speed! Komm! Bär! Hon! Habe ich gerade entdeckt. Der Forward. Der Clip gibt mehr Punkte als der... Echt? Okay. Ja. Oh nein. Mich hat's gerade... Okay. Mich hat's gerade... Ja, ich war einfach zu schnell. Ja, toll. Toll. Und dann... Oh! Und hier. Wieder Special. Ups. Das hat ich ja Special. Ja, das war Special. Nein. Qualität setzt sich durch. Und... Vorwärtschliff! Oh, da hätte ich sogar... Au, 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 au. Komm, halt dich. Halt dich. Halt dich. Halt dich. Halt dich, Bär. Hier, ich sitz hier wieder seit. Und auf Grad eins sind wir schon kurz nach dem nächsten... Aber du hast noch vier Läden? Ja, jetzt sind wir hier. Hier bin ich hier. Du bin hier. Ich war seitplatz. Ich mache schon gar keine... Ja? Nein! Yippie! Aber ich habe einen Double-Flick geschafft. Halt dich. Ahhhh. Mit der Nase gebremst. Nein, nein, nein. Komm, verlier noch ein Leben. Ah, kein Bedarf. Nein! 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 Nein, du hast gewonnen. Ich gewinne. Du hast mir Leben erst. Ich scheiße. Jaaaa. Jaaaa. Tja. Ich würde mal sagen... Hey, wir haben neue Festleistungen. Neue Rekorde. Ich würde noch mal sagen, dann war es das jetzt mal von dem Spiel. Okay. Weil wir haben jetzt schon 20 Minuten. Das ist gar keine so schlechte Zeit. Und dann sehen wir uns... Ja, der Ton ist extrem laut. Jaaaa. Ich höre mich... Wir sind auch extrem laut. So wie wir hier gerade feiern. Weil ich gewonnen habe. Ja, also wir haben da ja gar kein Problem. Nein, 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 nein. Schauen wir mal, wie die Gesamtübersicht ist. Ich muss mir das nachher nochmal angucken. Bestenlistenmodus ändern. Moment mal, hier Higgs. Was? Achso, das ist ja hier global. Wir können mal gucken, wo wir waren. Wir stehen auf 713. Okay. So. Mal gucken. Wie könnt ihr mal sagen, wie viele Punkte ihr so erreicht habt? Das würde mich jetzt auch mal echt interessieren, oder? Ja, würde mich auch interessieren. So, ob wir so schlecht sind oder vielleicht sogar noch in erhaltbarem Maße spielen würden. Ja, ich glaube das läuft gar nicht. So. Ach, ich muss Enter drücken, damit wir rauskommen. So. So, jetzt verstehe ich wenig mein eigenes Wort wieder. Es war gerade echt viel zu laut, der Sound. Da musst du dir einfach die Folge nacheinander angucken, dann weißt du, was du gesagt hast. Ja. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. War echt ein cooles Spiel. War eine coole Runde. Waren coole 20 Minuten jetzt, die wir hier gespielt haben. Ja. Hat vor allem riesig Spaß gemacht. Ja, das ist schön. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, wie wir Joe Danger irgendwie total versagen, dann schreibt einfach unten in die Kommentare, beziehungsweise gebt ein Like. Und ja, wir machen mehrere verrückte Sachen noch. Dann sehen wir uns morgen, glaube ich, in einem anderen Spiel wieder. Wieder so kleine Minigames und solche Spiele. Na, schauen wir mal, was wir machen. Okay, ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Dann würde mich freuen, wenn ich dich dann morgen wieder sehe. Und bis dann. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.